Oh, da sind sie ja schon. Der Elbe-Park ist auch wirklich nur ein Steinwurf entfernt. Zum Einkaufen, Shoppen, Genießen. Na, wenn sie schon mal da sind, dann kommen sie am besten einfach mit rein. Das Essen wird jetzt zwar noch einen kleinen Moment dauern, aber mit der niegelnagelneuen Einbockig von 2021 sollte das kein Problem sein. Am besten, sie gehen schon mal ins Wohnzimmer oder sie schauen sich das Haus an mit 102 Quadratmeter Wohnfläche. Ich hoffe, das Essen hat nicht geschmeckt, aber ich denke auch die Immobilie konnte punkten. Mit vier Wohn- und Schlafräumen, 442 Quadratmeter großen Grundstück oder der Errichtung eines Gartenparadieses. Ihnen hat die Immobilie gefallen? Lassen Sie gerne ein Like da und kontaktieren Sie mich. Ihr Sorgtes Makler Syren Beckers.